Gibt's gar nicht NEIN Ich muss schon warten Ach da war Spaß irgendwo Ja ich spring da drüber, du verfickter Ficker Das war noch nicht meiner Jetzt aber, jetzt aber Sehr schön Nein Wenn du hier oben auf der Plattform bist Halt dich rechts an die Wand Weil die Tür noch da aufgeht Jetzt warte ich erst Ja 11,1 3 Sekunden ist ganz schön viel ne Ja Schon aufgegangen? Ja Na gut dann Auf jeden Fall auf den Klotz stellen Weil du sparst Zeit Ohhhh Tür ist auf und zu Ja Wieder an der Scheißtür hängen geblieben Ja Die war vorher schon zu Nein ich hab da wieder drin gehangen Ich häng da immer drin Rechts halten Hahahaha So was haben wir hier? Erstmal angucken würde ich sagen So, 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 so So, so, so So, 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 so Hier hoch Dahin Hau Alter schöne Das war leicht Hätte ich mal drauf gedrückt Hahahaha Endlich mal drauf gedrückt Alter ich bin da so durchgekommen Ja Zack zack Komm hoch da Hohohohoho Geschafft Ja sauber anni Total easy Total easy alter verkackt und die ist wirklich leicht gewesen oder ich hatte verdammt viel glück wieder verkackt aber was ist denn das jetzt jetzt krieg aber ein hals weil ich beim ersten mal so gut gemacht haben sie ist ganz genau wie oft ich schon gefällt habe leider einfach eine normale leichte sprünge ja ich weiß aber jawohl ja checkpoint hier hier und geschafft ein 1 weil es einfach leckt nebenbei das ist ein bisschen schwierig aber sie ist als challenge an dass es absichtlich so gemacht hat ja sehe ich auch aber das ist ich hasse ruckelbilder das ist für mich ein graus schiff menschlichkeit unparteilichkeit man das ist denn das jetzt für eine homosexuelle steckdosen scheiße unabhängigkeit freiwilligkeit einheit universität ich bringe doch errungenschaft frei geschaltet inventar geöffnet ich glaube ich habe gar nicht auf den knopf gedrückt nach fast eineinhalb stunden spielen nr und ich bin mal an vielleicht bringt das ja was doch nicht einmal der durchlauf und dann bist du durch und geschafft immer tief wirft geholt zum start muss man überlegen den kompletten weg noch dazwischen durch gebaut um überhaupt wieder zu dieser challenge zu kommen ja kommt zu jeder einzelnen challenge ist bemerkenswert einfach absolut oh du bist dran ein bisschen warten laufen noch zwei bahnen ab 21,3 sekunden bis jetzt da unten läuft zu erst GZ. Jawohl. Du schaffst in 18 Sekunden. Das war locker geschafft eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Wir schauen uns ja gar nicht mehr in die Map vorher an. Ups, drüber gesprungen. Die geht 39,4 Sekunden. Ja, die ist auch voll hoch. Äh. Oh. Leck mir die Eier. Oh. Vergessen zu springen. Warte eben bis das abgelaufen ist hier. So laufen noch zwei Stück. Ja, jetzt hätte ich da sein müssen. Ich war da. Hätte ich da hin gemusst. Dick ist echt noch weit. Ja. Oh. Leck mich am Arsch. Nein. Ich bin dran. Hopp. So. Jetzt aber. Ah, das war ich auch. Jetzt wird es schwer, finde ich. Ja. Ja. Trotz schnell Doppel. Äh. Steuerungen in die drüben müssen. Da hat es geklappt. Nein. 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 Ah, verdammt. Jetzt müssen wir warten. Ja. Da laufen ganz viel. Da laufen noch drei Stück. Ja. Weil ich bin gleich hinter dir her gelaufen. Oh, okay. Dann vier. Zwei jetzt noch. Und einer noch. Die Tür ist noch nicht aufgegangen. Der zusammengegangen. Und. Jetzt wieder. Ja. Ja. Jetzt kannst du. weiter. Oh. Verkackt. Normal. Dreier laufen. Oh, als er nicht schnell gelaufen wird. Oh, jetzt müssen wir warten. Ja. Drei oder vier Stück laufen noch. Drei. Zwei jetzt nur noch. Ja. Pisch, cool wie er es gebaut hat. Ja. Dass du das auch siehst, wie viele noch laufen. Ja. Kann es zwischendurch nämlich Pause machen. Genau. Fast schon. Einer noch. Ah, kannst du ruhig. Okay. Starten wir mal den dritten. Eee! Hey! Ich warte. drei stück ja das ist das merkst du wenn drei laufen ist ein bisschen doof zu spielen zwei noch letzte vorletzte und da kommt der letzte ja da kannst du anfangen ein bisschen nicht es ist die challenge ist jetzt echt ja cool gebaut auf jeden fall ja ich fange jetzt an plums plums jetzt an ich kann schon wieder vergessen das gibt es das schiff zu drücken wo sind so da sind sie beide noch mit einem weg ja es dauert noch kann es ruhig weitermachen aber ich mache weiter klingt aber auch nicht ja 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 Mitten durchgesprungen wieder. Früh abgesprungen. Das ist schon fast so knapp gewesen. Darf man eh nicht. Doch. Ich muss nur hier bei diesen beiden Sprüngen Schiff drücken. Eben ein bisschen warten. Laufen ja zwei jetzt direkt hintereinander. Ja, das hast du ja aktiviert. Fick dich doch. God damn it. Ich brauche mal einen Schuh Kaffee. Kann da jetzt nicht wahr sein hier. Hopp. 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 Schiff drücken. Jetzt schaffst du es. Brauchst du nur durchjumpen. Jawohl. Geschafft. EZ. Checkpoint ist offen. Dann gucken wir den mal zu. Oh. 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 Vielen Dank.